So, wir sind jetzt hier mit meinem V10 noch mal. Zu zweit jetzt mal eine Runde. Und jetzt allein den Start mal genießen. Hört mal den Start. Hardcore. Hardcore, Hardcore. Das glänzt im Gesicht. Ja, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal, die Karre, Alter. Hardcore. Das BMW Power, BMW Power. Da war die Wulff. 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 Schön tiefer Ton. So muss das sein. Fahr mal am Bahnhof lang. Am Bahnhof. Okay. Wir fahren am Bahnhof lang. Wir fahren am Bahnhof lang. Eine Runde Bahnhof. Da ist eine Mutti mit ihren Kindern. Da schreckt die. Wuhu. 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 locale. Ja, links. Wlicks. Wnu Und da hin und dann gleich rechts. Sam Vice ist dahin? Ne. Sagt immer fast, dass du du an und alle w 32. Wullst du gar nicht beschreiben? Wuhu. Schleunern wix, fix, fix. W currently rechts? Ja rechts rechts. Also hier nicht, sondern weiter. Die Leute hinter uns, wie sie gucken, wie sie gucken. Jetzt gucken wir gleich auf die Leute. Unterführung, kleine Unterführung. Kleine Unterführung, kleine Unterführung. Tunde hin, Tunde hin und dann gleich fehlen wir die Leute. Geile Sache. Können wir rechts lang? Wir können links auch lang. Links lang? Ja. Ach ja, stimmt, dann kommen wir wieder bei Unterführung. Genau. Es ist ein Gefühl wie kein zweites auf der Welt. Sex ist die eine Sache, geile Autos die andere. Aber das hier, das ist was Eigenes. So ein Dauergerissen mit dem Auto. Alter. Die ganzen Leute klopfen. Du musst mir lang. Fahr hier gerade. Fahr hier weiter. Nee, das ist mir zu lang der Weg. Wieso? Du kannst doch gleich auf die linke Spur und dann bist du auf der andere Straße. Ach so. Dann ist gut. Und dann fahren wir wieder durch den Tunnel. Hier musst du jetzt gleich links. Boah, ich wette nicht rum, rufen alle die Bullen gerade. Ist so, ne? Ich fahre wieder durch den Tunnel. Total auffällig, das Teil. Total auffällig. Ja, hier lang. Ach so. Oh, kein Unfall. Nein, nein. Alter, der Corsa hier. Der Corsa. Ja, die Omi, die Omi. Die Omi. Oh, Alter, die Omi. Die Omi. Die Omi. Die Omi. Die Omi. Nyongel Umi. Und gleich, wir nächsten Vis Warte, da, da. Da hat er. Das sind unsereи. Hat unseren wasen. Drücken wir drauf. Hardcore, hardcore. Guck mal, das ist der Koppelkopf. Guck mal, BMW. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich damit den Finderberg fahre. Guck mal, da ist auch ein BMW. BMW. Und hier auch. BMW. Enjoy. Nervenkitzel, Alter. Ich will nur noch in die Firma zurück. Das ist das geilste Gefühl, was ich hatte so. Guck mal, Guck mal. Scheint, dass das jetzt die Schulwoche ist, weißt du? Ja. Ich glaube, das mache ich oft aber auch Spaß, wenn ich so zur Schule fahre. Hätte ich einen eigenen Hebel gefunden, würde ich das auch machen. Ja. Er hat mich verheizt, er hat mich verheizt. Wie sie gucken, wie sie gucken, wie sie gucken, wie sie gucken. Das sind Frauen und die gucken, Alter. Wie sie gucken. Das grün fällt gar nicht erst. Die ist voll hässlich, aber sie guckt. Scheiß drauf. Gleich die grünen. Jetzt den dicken machen, Alter. Arme aus dem Fenster. Leck mich. So, auf zu Premium Tuning. Jo, das ist Premium Tuning von F1. Das ist Premium Tuning. Premium. Alter, was für ein Rächtnummer, ne? Ja. 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 Ja.